Hallo, mein Name ist Tanja Weber und ich bin 27 Jahre jung, komme aus der schönen Schweiz, genauer gesagt aus dem Kanton Zürich. Ich bin gelernte Pferdefachfrau und habe das jetzt auch acht Jahre selbstständig ausgebildet. Allerdings muss ich echt sagen, obwohl ich meinen Job wirklich geliebt habe, war ich selber und ständig am Arbeiten. Das heißt so viel wie 10 bis 17 Stunden am Tag an sechs, sieben Tage die Woche und die Verdienstmöglichkeiten waren dabei sehr gering. Deshalb war ich auch offen, mir mal was Neues anzusehen, um mir ein zweites Stammbein aufbauen zu können und habe so vor anderthalb Jahren eine gute Freundin, also heute eine gute Freundin und damals einfach eine Reitschreibung kennengelernt, die mir diese Möglichkeiten Forever gezeigt hat. Ich habe damals gestartet, noch etwas skeptisch und muss echt sagen, das war die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe. Ich kann heute die Arbeitszeiten ganz anders einteilen. Ich kann viel weniger arbeiten und dennoch gleich viel oder sogar auch mehr verdienen damit und bin viel flexibler, habe ganz, ganz tolle Freunde gefunden und kann jetzt auch Urlaub genießen. Das heißt, ich kann verreisen, in andere Länder gehen und das sogar bezahlt von der Firma. Das Auto wird mir bezahlt von der Firma und ich kann echt nur sagen, mein Lifestyle hat sich komplett verändert und ich bin mehr als glücklich, dass ich diese Möglichkeit für mich genutzt habe und das ausprobiert habe und ich weiß, ich kann ganz, ganz viel mehr mit dieser Firma und mit meinem eigenen Business erreichen. Vielen Dank, dass du dir das angesehen hast.